Ich bin hier am Dali Museum und leider hat es geschlossen, weil heute Montag ist. Deswegen gibt es das bekannte Lied von Bob Geldof, I don't like Mondays. So, dann werden wir wohl jetzt weiter fahren. Hey Franz, wie sieht es aus? Hast du Angst? Und wahnsinnig. Ich auch. Wir sind hier mitten im Wald. Wie spät ist es jetzt? Um 2, 3? Gute Nacht. Na, liebe Schafe? Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist seine Freundin in der Neue, Marcel. Die wirst du nicht mehr los. Jetzt will ich es nicht mehr. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hau es ab. Hey, hau! Mein Jörner. Guten Morgen. Hau es ab. Oh! Hallo Leute, heute ist der dritte Tag unserer Rallye. Wir sind jetzt auf der letzten größeren Etappe in Europa unterwegs. Wir fahren jetzt zum gemeinsamen Camping nach San Roque, oder so ähnlich. Wir fahren hier gerade durch eine atemberaubende Landschaft, durch Berge und Täler. Hat die Nacht bei ca. 4 Grad der Aus-Temperatur schlafen müssen. War aber trotzdem herrlich mitten im Wald. Genau. So, wir hören mal an der Stelle auch natürlich nochmal allen danken, die uns unterstützen und unterstützt haben. Was kommen wir zu uns? Unsere Familien, unseren Frauen, dass die auf uns verzichten müssen. Jo, und dann hören wir wieder von an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017